Hallo, wir haben heute die liebe Holly hier und ich würde gerne mal demonstrieren, wie wir Blut beim Hund nehmen. Die Holly ist ein ganz, ganz lieber Hund. Ich wollte das ehrlich gesagt vorhin bei einer Katze machen, das hat nicht gut funktioniert. Aber Katzen sind eben anders als Hunde. Wenn wir Blut beim Hund nehmen, haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal hier vorne am Vorderbein, da stellt sich dann immer schöne die Vene dar. Das wird man, da sie ein schwarzes Fell hat, nicht gut sehen können. Hier können wir Blut nehmen. Ich mache das immer sehr, sehr gerne. Ich mache es immer gerne hinten. Das ist die Vena safena. Die stellt sich hier schön dar und ich habe meine liebe Frau Leven hier, die mir hilft. Jetzt scheren wir hier ein bisschen und bei der Holly sind die Venen wirklich sehr schön zu sehen, zumindest diese eine hier. Da ich die Holly hier habe, weil ich einen sogenannten ACTH-Stimulationstest mache, brauche ich nur das Serumröhrchen und nicht das EDTH-Röhrchen für die Hämatologie. So, Alkohol haben wir eben schon drauf gemacht und jetzt nehme ich mir die Kanüle. Und Achtung, jetzt wird es gleich ein bisschen pieksen, steche hier ein und bin schon drin und es läuft. Ja, und das ist eigentlich bei so einem lieben Patienten alles das, was man machen muss.